Leute, sieht man mein T-Shirt? Wohohoho, Pi ist gleich 3,4 irgendwas. Auf jeden Fall Leute, das ist jetzt eine kleine Auskunft von mir. Nicht über Covid-19, über das Thema mache ich vielleicht ein Video. Aber ich glaube da gibt es jetzt schon genug Material und da brauche ich nichts machen. Ich habe jetzt vor, das ist übrigens Mozart. Auf jeden Fall, ich habe vor, dass ich jetzt in den nächsten Monaten anfange zum Livestreamen. Ich bin schon dabei, dass ich mir ein Studio einrichte und von da aus werde ich filmen. Das erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall, die Livestreams werden ungefähr im April, Mai starten. Ich werde glaube ich normal Content weitermachen, aber dann gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich sogar täglich. Kommt drauf an, wie es wird, ein Livestream. Reaction-Videos, Talk, Realtalk und so weiter und so fort, alles was man will. Schauen wir mal. Das zeige ich euch auch noch. Das ist meine Challenge Wand. Und das sind meine aktuellen 30-Tages-Challenges. Auf jeden Fall, ich glaube das war jetzt schon wieder genug Gimpfen fürs Erste. Und ich bin raus meine liebe Leute. Peace out. Kuss gehen raus.